Und los geht's! Tada! Komm jetzt hier, das Meisterwürstchen. Oh, schnell weg! Hey Leute! Was geht? Danja hier mit. Was war das schon wieder? Bisschen singen. Erst heulst du? Nein, das ist ein Gerücht. Das klang nur so. Was hast du dann gemacht? Gesungen oder was? Ja, ich hab Party hier gemacht, weil ich endlich alleine war hier im Studio. Na dann geh ich jetzt. Na ja, das Spiel ist ja schon gestartet, dann können wir jetzt auch hier bleiben. Ja. Also Leute, ich habe mal wieder ein Würstchen-Spiel gefunden. Guck mal, also ich habe eine ganz seltsame Freude an diesem Spiel. Du bist im App so auf Spiele und dann auf die Würstchen-Spiele-Kategorie gegangen. Nein, das ist so lustig. Und hast dann da die Perle ausgegriffen. Das wird so lustig. Also wir sind ein Würstchen und müssen den Kopf vermessern. Wir möchten Milch kaputt geschnitten werden. Ne, das Würstchen, das will... Gedankenpause. Wir sind ein... Sportliches Würstchen. Ja, sieht ja auch aus. Ist ja relativ schlank. Das ist so witzig. Das sind die besten Spiele wirklich. Fang einfach mal an zu laufen, ne? Okay, fang mal an. Und los. Lauf. Äh, was? Passiert jetzt irgendwas? Ah, nein! Unser Würstchen! Ey, ich könnte mich gar nicht auf das Spiel konzentrieren, weil ich so lustig fand, dass das Würstchen so gelaufen ist. Wahrscheinlich sind wir einfach die einzigen beiden Idioten, die das so lustig fänden, wie das Würstchen gelaufen ist. Witz, witz, witz... Oh, oh, ui, ui, pass raus! Pass, ui! Hä, aber wieder nicht... Tolle Wurst! Also das war jetzt aber nicht... Tolle Wurst! Das war jetzt aber nicht zu... Bisschen, bisschen, bisschen sehr kross, das Würstchen. Okay, aber wie kommen wir denn jetzt da... Tada! Ach so, da kommt so Feuer raus und wir müssen da drüber rennen. Ja, genau, da müssen wir ganz schnell so. Komm jetzt hier, das Meisterwürstchen. Ui, ui! Ui, ui! Ui! Tada! Tada! Ah! Hier! Die Meisterwurst! Das klingt einfach so geil, wenn man selber angeben will, weil man so viel gespielt hat. Aber da muss man das ja aufs Spiel beziehen und dann sagt man halt, ich bin ne richtig... Gute Wurst! Bist du in der Lage zu spielen, oder soll ich erst mal weitermachen? Ich hab das. Okay, dann hau mal rein, du Wurst. Nein, was war das denn? Darf ich noch mal? Es tut mir leid. Bist du extra reingelaufen? Nein, bin ich nicht. Genauso sah es nämlich aus. Nein, das ... Nein! Darf ich noch mal? Du darfst noch mal. Der Hammer ist da so gekommen. Und du so, ui, da muss ich jetzt aber schnell noch drunter. Boom. Jetzt hat das ein Pflaster. Jetzt war ich ein Pflaster da. Oh nein. So, Achtung mal. Ach, das ging dann weiter an der Stelle. Okay, so. Jetzt wird wieder weiterge- Äh, 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 hä? Du bist eine ertrunkene Wurst. Ich bin eine ertrunkene Wurst. Ich glaub das nicht. So, ei, 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 ei. So. Oh, nee, wie das aussieht. Guck doch mal! Wie wusste denn? Tada! Ich bin eine ... Das ist eine gute Wurst. Eine gute Wurst. Eine hervorragende Wurst. So, willst du? Oh, guck mal hier Speziallevel. Ich bin draußen. Ich bin hier in der Außenküche. Oh, da war die Sense. Okay, dann jetzt kurz unterwegs. Aber wir machen das jetzt hier weiter. Wir werden auf jeden Fall auch als alleinige Wurst das weiterschaffen. Oh, ey, ey, äh, äh, äh. Was? Was war das denn? Ist schon schwierig hier, das Leben als Wurst. Das war jetzt schon direkt unter die Schuhsohle gelaufen. Das bleibt unter uns. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Nein, 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 nein. Okay, 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 okay. Tada! Okay, sehr gut. Gut. Oh, wir können ja mit anderen Würsten laufen. Okay, das müssen wir machen. Okay. Sehr gut, sehr gut. Ich habe das Level geschafft natürlich. Ja. Und jetzt gibt es ein Bonus Level mit anderen Würstchen. Andere Würstchen, oh mein Gott. Das wird jetzt eine richtige Sausage-Party. Ich kann Englisch. Wie sehen die Würstchen aus? Oh, du bist aber... Nein! Da warst du wieder zu. Komm, weiter, 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 weiter. Die müssen wir uns schaffen. Ach so, ach so. Okay, das ist ein Rennen. Die müssen wir jetzt einholen. Nein! Okay, okay, okay. Ja. Okay, du bist dritter. Wir sind nicht letzter. Das ist schon mal gut. Aber auch nicht erster. Ja. Das war jetzt keine Meisterbrust. Das ist mir so ein bisschen peinlich. Weil ich weiß, das fragen sich gerade gleich wieder voll, wie longfie ist. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, wie das sein muss, wenn man sich das Video gerade hier so anschaut. Man guckt hier gerade das Video so an. Und wahrscheinlich ist der Gesichtsausdruck, wenn man das so... Ja! Das war jetzt keine weiße... Ich stelle einfach irgendwo... Was habe ich da gerade geguckt? Oh, ich sehe gerade. Wir müssen das gewinnen, damit wir weiterkommen. Ja, da wird dann kein Wetter vorbei. Das heißt, die Würstchen-Party wird jetzt hier gewonnen. So, los geht's! Los geht's, los geht's, los geht's! Ach nein! Das war dumm. Das war dumm. Ja, 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 ja. Hey, was... Was ist denn mit dir? Ja, ich denke, da muss ja irgendwann mal ein Haken kommen. Ich kann doch nicht... Jetzt bist du letzter geworden. Weißt du, was ich bin? Ich bin die letzte Wurst. Oh, das ist Wurst. Yeah! So, nächster Versuch. Wir versuchen jetzt noch einmal, ansonsten skippen wir mal das Level. Ansonsten hast du den Wurstsalat. Da hab ich nicht nur den Salat, sondern da hab ich den Wurstsalat. So, wir sprinten da jetzt einfach durch. So, weißt du, was wir sind? Wir sind... Gewinnerwurst. Die Olympische Wurst. Hä, wieso denn jetzt nochmal? Hm? Wir sind doch schon die Gewinnerwurst. Nein! Nein! Nee! Los, schnell lauf! Trotzdem Gewinnerwurst. Hä, wieso denn schon wieder... Was kommt? Ja, aber jetzt kommt hier Next Race. Na los! Ich glaub, das ist ein anderer Modus. Ich glaub, da gibt's nur Gruppenduelle. Das ist doch auch nicht schlecht. Ja, aber ich gewinn ja schon alles. Siehste? Siehste? Ja, stimmt. Du bist ja auch noch da. Ich bin hier gerade so... Ey! Ja, okay, dann mach mal weiter. Mach mal, mach mal, mach mal, mach mal. Guck mal, ich kümmere mich hier drum. Ich hol das Wurstrennen. Willst du jetzt das Wurstrennen nach Hause gehen? Ja, also eigentlich... Weil ich so gut angefangen hab. Okay. So, dann mach du mal weiter. So, ich regel das jetzt. Du wirst gleich sehen. Oh, anderes Level? Ja. Ich mach jetzt hier... Ne Plattewurst. Ne Wurstplatte. Ne Wurstplatte. Nein! Uh, das war aber knapp. Hey, guck mal, wie ich das gemacht hab. Du bist ne tolle Wurst. Ja. Das wird halt auch nicht alles, ne? Nein. Und das wird auch nicht besser, die Wortspiele. Nein. Nein. Aber warum bist du so langsam grad eigentlich? Ja. Ich... Ähm... Ähm... Das ist irgendwie nicht mehr so richtig grad, ne? Ich war... Ich bin grad echt ne... Du hast... Ja. Nein, ich bin doch erster. Ich bin ne schnelle Wurst. Ne sprintende Wurst. Ich weiß nicht, ob das... Also es liegt ganz eindeutig an der Physik in dem Spiel, dass das so lustig aussieht. Ja. Also allein schon wie das animiert ist. Ja. Aber ich find halt auch das Wort Wurst ist so witzig. Ja. Und vor allem... Also das ist ne Wurst, die animiert ist, also... Ja. Es ist einfach lustig. Geht's. Wurstplatte machst du. Da mach ich Wurstplatte. Noch mal Wurstplatte. Zwei Wurstplatten. Dritte Wurstplatte. Was machst du da eigentlich? Jetzt... Na richten... Was machst du da? Die hält doch nicht an, die doofe Wurst. Du bist vor allem ne halbe Wurst. Ey, das war glaub ich die schlechteste Runde in der Spielhistorie. Ja. Das glaub ich. Oder wirst du noch... Uh. Ja. Ne Wurstplatte. Okay. Ne Wurstplatte. Und noch ne Wurstplatte. Das ist irgendwie... Und noch ne Wurstplatte. Das ist irgendwie mein Endgegner. Ja. Die Wurstplatte. Aber es sah kurz so aus, als würde ich noch gewinnen. Toll. Es sah kurz so aus. Okay. Das letzte Wurstlevel. Okay. Dann... Dann ist auch mal... Dann ist auch... Dann ist es ausgewurscht. Dann... Dann... Dann ist es nicht aus die Maus, sondern aus die Wurst. Aus die Wurst. Durch. Eiii. Nein. Das ist hier nur ne halbe Wurst. Ja. W... Wurstplatte. Nein. Okay. Die ist echt schön. Nicht so einfach. Ja. 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 Guck mal. Jetzt... Zack, 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 zack. Zweiter. Zweiter bist du noch gewonnen. Also... Deswegen keine goldene Wurst, sondern eine Silberwurst. Eine Silberwurst. Zweiter Platz. Nicht ganz Olympia-Wurst, aber ist in Ordnung. Also Leute. Wir hatten heute sehr viel Spaß bei diesem Spiel. Wir hoffen nicht mindestens genauso wie ich auf C4. Ich hoffe wirklich, dass nicht wir die Einzigen meinen, die das so lustig waren. Und dass ihr nicht so vorm Hänge sitzt, wie ich es gerade gezeigt habe. Leute, wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann möchte ich sagen, Wurst sind wir uns bei. Der Nächsten Wurst. Ciao!